Ja, hallo, Michael Kotzow hier und du interessierst dich für das Thema Geldverdienen im Internet, Affiliate-Marketing oder genau für das Jet Set Affiliate System und möchtest wissen, hey Michael, was ist das Jet Set Affiliate System und was unterscheidet das System von anderen Online-Kursen, die es so am Markt gibt? Und das wollte ich dir kurz zeigen in diesem Video. Ich zeige dir mal kurz die Module. Es sind zurzeit 211 Lektionen. Nicht erschrecken, du musst ja nicht alle auf einmal durcharbeiten, aber ich wollte als einzigster Marketer auf dem deutschen Markt ein Komplettsystem anbieten für Anfänger. Also wenn du fortgeschritten bist und bist schon fünf Jahre Affiliate-Marketer, ist der Kurs nichts für dich. Wenn du Anfänger bist und hast keine Ahnung von Affiliate-Marketing oder nur ein ganz klein bisschen Grundkenntnisse, ist der Kurs genau das Richtige für dich. Weil es gibt natürlich viele Affiliate-Marketing-Kurse da draußen, aber sehr oft sind bestimmte Kurse immer nur für ein bestimmtes Thema. Zum Beispiel gibt es für 47 Euro von einem bekannten Marketer einen Kurs und da geht es eigentlich nur um E-Mail-Marketing, aber wenn du jetzt sagst, ich kann keine E-Mails schreiben, ich kann keine Verkaufstexte schreiben und E-Mails raussenden alle paar Tage will ich auch nicht, dann ist das nicht der richtige Kurs für dich und deshalb habe ich ein Komplettsystem abgedreht, eine Komplettschulung zum Thema Affiliate-Marketing von A bis Z, alle Themen. Und das Tolle ist, der Kurs wird regelmäßig aktualisiert, also du bekommst Lifetime-Aktualisierung. Wenn du den Kurs heute kaufst, bekommst du immer mein neuestes Wissen und du kannst dich auch in zwei Jahren einloggen. Es gibt dann viele Videos nicht mehr, aber es gibt viele neue Videos dafür zu bestimmten Themen und das ist das Coole beim Jet Set Affiliate-System, Lifetime-Schulung. Und du kaufst es nur einmal, keine Jahresgebühr, kein Abo, nichts. Kommen wir mal kurz zu den Modulen, es gibt natürlich ein Willkommensmodul, ganz klar. Ja, was ist Affiliate-Marketing und wie funktioniert das etwas? Die größten Fehler, ganz interessant, auch ein Modul Gewerbeanmeldung, Steuerorganisation, gerade die Organisation hinter. Wenn du halt Geld verdienen willst im Internet, das ist Wichtigheit. Weil, wie speicherst du deine Lesezeichen, wie findest du alles wieder, Passwörter und so. Und nicht, dass du halt erstmal eine halbe Stunde die Webseite suchen musst und dann nochmal eine halbe Stunde das Passwort, weil du willst ja effektiv Geld verdienen. Und ja, die richtigen Nischen finden. Partnerprogramme, da werde ich echt, da gehe ich wirklich über 20 verschiedene Partnerprogramme, zeige ich dort und auch wie man mit dem Geld verdienen kann. In den Videos sind auch immer wieder Tipps versteckt. Geld verdienen mit Affiliate-Marketing, ein Modul da nochmal so, ja, welche Möglichkeiten gibt es, welche Plattformen gibt es, weil ich weiß, dass du sicherlich viele Sachen nicht kennst, wo auch Affiliate-Marketing betrieben wird. Ja, ja, Webspace, Domains, was gibt es dort zu beachten? WordPress, fast alle Affiliate-Marketing-Seiten im Internet sind auf WordPress-Basis, deshalb ist das hier so fast ein Komplettkurs zum Thema WordPress-Marketing einfach in diesem System drin, weil WordPress ist das Wichtigste. Alleine diese Plugins für WordPress 2.0, da sind dann nochmal, ja, 30 Videos alleine mit 30 verschiedenen Plugins, warum ich die benutze, was für Vorteile das haben und warum diese Plugins teilweise meinen Umsatz verdoppelt und verdreifacht haben. Webseiten-Tools, auch sehr, sehr wichtig. SEO und Backlinks solltest du halt auf jeden Fall schauen, wenn du halt kostenlose Besucher bekommen möchtest auf deiner Webseite. Nochmal eine ganze Lektion Traffic und Besucher, da sind richtig tolle Tipps drin, wie ich kostenlose Besucher von Amazon bekomme zum Beispiel, ist da ein Hack drin, der ist einfach genial. Der Hack ist alleine schon den Preis wert für das Jet-Set-Affiliate-System, weil du brauchst natürlich Besucher und da kommen auch immer die neuesten Tipps von mir rein. Und andere verkaufen alleine Traffic-Kurse, die mehr kosten wie dieses ganze System. E-Mail-Marketing, ein Modul, selbst da sind manche Leute, die haben, manche Online-Marketer, die haben einen Kurs zum Thema E-Mail-Marketing, der kostet mehr und das ist einfach hier drin. Beispiele, Specials von mir, wie ich Geld verdiene, kommen auch hier immer wieder neu rein. YouTube-Video-Marketing, tolles Thema, da gibt es auch Tipps, wie du halt mit YouTube Geld verdienen kannst, ohne ein eigenes Video zu drehen, ohne dass du vor der Kamera stehst. Diese ganzen Tipps haue ich da rein. Bilder für deinen Blog, Blogging, Apps, Geld verdienen, Affiliate-Marketing für Apps, da sind ein paar tolle Beispiele. Ja, Tools, die ich nutze, wie ich dann halt die URLs kürze, die Affiliate-Links. Werbung, PPC, ganz normalen Modulen, nur Facebook-Marketing, dann ein Modul Affiliate-Marketing-Hacks, Auswahl der passenden Werbemittel und dann halt, wo du Texte schreiben kannst, wo du Logos erstellen kannst, teilweise für 5 Dollar ein Logo erstellen. Ganz viele Tipps, wo man halt Plattformen bekommt, wo man auch Mitarbeiter bekommt, die das für kleines Geld machen und auch eine tolle Qualität. Ein Bonus von mir, Events, Bücher und so für deinen Erfolg. Weitere Möglichkeiten zum Thema Geld verdienen. Also, da sind echt so viele Themen drin zum Thema Geld verdienen. Meine Jet Set-Werkzeug-Kiste, ja, wenn ich auf Reisen bin, wo ich eine Villa buche, wo ich dann ein Apartment buche und so, das zeige ich hier alles. Und dann natürlich meine Partnerprogramme, weil du kannst natürlich auch mit meinen Sachen Geld verdienen. Das bekommst du alles. Und wenn ich da jetzt draufklicken würde, würde es dann immer halt ein Modul aufgehen mit ganz vielen Lektionen. Wie gesagt, zurzeit 211 Lektionen, aber die sind alle leicht verständlich erklärt. Und das ist der Vorteil bei diesem System. Es ist kein Fachchinesisches, es ist keine Raketentechnik. Und jetzt liegt es an dir. Willst du das Jet Set Affiliate System haben und in deine Zukunft investieren? Wenn ja, dann hol dir das Jet Set Affiliate System und wir sehen uns dann gleich hier im Member-Bereich wieder. Das war es von mir. Mein Name ist Michael Kotze, Affiliate Marketing Experte und viel Erfolg beim Affiliate Marketing. Ciao.